Beute, Freunde, Klammermeister, zurück und kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute reagiere ich mit dem hässlichsten und fettesten Menschen mit Haare wie eine Bürste. Und zwar Kinderschwarz. Bruder, welche Bürste sieht so aus? Freunde, heute reagieren wir natürlich auf Abogast-Memes. Mit dabei ist natürlich Kindme, Freunde. Ich würde auch mal sagen, nicht vergessen, den Like-Button zu sprengen und natürlich den Abo-Button zu buttonen und natürlich die Glocke zu aktivieren, weil YouTube ist gerade im Görner-Modus, wenn ihr aktiviert. Und wollen wir natürlich nicht vergessen, meinen Merch abzuchecken, Leute. Unten ist der Link in der Infobox, Leute. Ihr seht wieder hier eingeblendet, richtig geile Bilder, Freunde. Ich würde auch mal sagen, Kindme, bist bereit. Ja, ich esse gerade noch. Äh, 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 isst du gerade einen Hefezopf? Beinefleisch. Geil. Okay, los geht's. Kindme ist einfach nebenbei. Das ignorieren wir einfach, Leute. Oh mein Gott. Geht alle raus! Okay. Boah, Digga, wie krank sieht das aus, bitte? Oh shit! Abgestecht. Und vent. Pac-Man! Er hat Pac-Man! Er hat Pac-Man gekillt! Wo ist er jetzt? Einfach bei Mario, Digga. Äh. Okay. Okay. Hey. Oh, oh. Sub-Zero. Oh, yo. Digga. Einfach Sub-Zero. Okay, Freunde. Ganz kurz. Kennt ihr Sub-Zero? Weil, wenn ja, dann schreibt es unten rein in die Kommentare, Leute. Und ich feier es. Ich meine, beziehungsweise, Leute, bald soll ja auch neue Updates in Among Us kommen, oder? Kidmanf? Ja. Und wenn ihr... Und wenn ihr... Äh. Oder war ein Tod? Entschuldigung. Und wenn ihr Informationen haben wollt, dann geht auf Kidmanf's Kanal. Der macht Infos oder so, bestimmt irgendwann mal. Ja, bestimmt. Okay. Okay. Alright, I'm on a body right now. EMT activated. EMT activated. The body has it in. Yeah, but the report button comes up, if they come close. I know, that's what I was thinking, yeah. Oh? What is going on in here? Oh, shit! Was geht ab, Digga? I'm gonna close my bay doors, just in case. Boom. Äh. 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 Okay, alles cool. Impostor, who been here with a body? Definitiv... Ne, 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 ne. Really? Really? I'm not going down for this! Ähm. Okay. 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 Whoa, and it will be all like in your face. And I'll be all like... Oh, shit! Oh, shit! Äh. Äh. Oder einfach dieser Mundschutz. Sure! You're right. You're right! Checkst du aber... Leute, hast du noch einen Check? Ja? Du hast recht. Oder? Was denn? Siehst du das, wo sein Mundschutz so ein bisschen nach unten gemacht ist, damit das so aussieht, als wäre der Böse? Ja! Oh mein Gott, wie krass! You're right. Stimmt! Oh, really? Als wäre der gerade sauer. Ja, ist äh... Amonkaz. Oh, okay. Amonkaz. Amonkaz. Virus hoch. Wa... Was? Digga, Freunde! Wir... Achmed, wir erraten dir den Impostor in 3-2-1-K... Äh... Ja, Bruder, das ist der Impostor, genau. Safe-Call! Safe. Digga, das wird 300 IQ. Stell dir vor, du bist so Mama und stichst alle ab. Äh... Äh... Weiter geht's. Oh, wie geil! Äh, das ist richtig cool, Digga! Er macht das Haus. Oh, 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 Spongebob. Oh, oh. Er traut sich in Elektrik reinzugehen. Es ist dunkel, er downloadet. Wie geil, Digga! Äh... Das ist so übel, Digga! Oh, jetzt wird abgesteckt, safe! Warte! Beta-Cake! Ahaha... Bam! Ahaha... Geil! Digga, das sind mein Pfand, ne, Digga! I will take a bullet for you, Digga! I will take a freaking bullet! I gotta close my chat, warte mal. Oh, oh. I will literally take a bullet! Is it... Hä?! 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 Okay, äh, was geht da ab? Das ist animiert. Oh, ja. Oder? Doch, doch, ja. Ja, ja, ja. Oh, shit. Oh, was macht der? Äh... Äh... Ich wusste, dass dieser Knochen nicht normal aussieht. Äh... Äh... Oh, shit. Das Baby! Einfach Plankton. Nein! Äh... Plank... Äh... Was für Plankton! Kennst du das nicht, wenn der immer so in Roboter drin ist? Ach, ja, stimmt! Nein! Ähm... Die haben Double Killed! Die haben Double Killed! Und da kommt jetzt einer! Nein! Okay, die haben es richtig gut gespielt. Oh mein Gott! So Montagen sind krank! Guck mal! Oh, lol! Hä, wie haben die das gemacht, Digga? Ah, ich weiß wie. McDonalds. Oh, oh. Oh, oh! Warum McDonalds? Stell ihn ab! Nein! Äh... Äh... We are Farmers! Oh, shit! Er wurde doppelt gehopst! Äh... Making electrical as a pasta! Ja! Geil! Oh, shit, Digga! Oh, shit! Er hat einfach nur uns verwirrt. Oh, mein Gott! Ehrenmann! Ich höre, Leute! Wenn ich mal Familienvater werde, genauso! Genauso und nicht anders! Ich sag dir ehrlich! Ich stehe davor und sag, was mache ich jetzt? Hahaha! Okay, oh, wie geil! Digga, tut es so, als ob er arbeitet, einen auf den! Boah, ich glaube, ich habe das gesehen! Die machen so Pappbehälter an die Straße! Oh, krass, ey! Kennst du das, KidMalf? Nein! Die machen so Pappbehälter aus Among Us und tun es dann auf den Garten, Digga! Das sieht unnummer geil aus! Hier auf den Garten! Ja, so, guck jetzt! Oh, lol! Guck jetzt! Im Garten einfach! Guck mal, wie geil das aussieht! Oh, lol! Unnormal, Alter! Ich schwöre! Ja, das sieht übel geil aus! Das sieht unnummer geil aus! Äh, this guy? Oh! Ich habe jetzt schon vergessen, welche Farbe das war! Das war... Der! Suus! Er ist sogar Suus! Nope! Nein! Nope! Er hat den abgestecht davor noch! Oh, mein Gott! Okay, Leute! Ihr müsst liken und subscribe, weil sonst kriegt ihr gutes Glück! Weil sonst kriegt ihr gutes Glück! Äh, 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 ich mein, Glück kriegt ihr... Du hast schon verkackt! Ja, ich hab echt... Ihr kriegt gutes Glück, wenn ihr nicht macht! Can't believe, ihr pullt es out! Okay, was, was tut der rausholen? Pullt es off, Bruder, nicht out! Sag ich doch, off! Nein! Nein! Er hat die ganze Runde gebärbett, Digga! Holy Shit! Okay, erklär mal, warum? Weil, guck mal, es sind noch vier Leute am Leben gewesen, ja? Mhm. Vier Leute waren am Leben. Der hat einen gekillt gehabt, ist weitergelaufen, das heißt, drei Leute leben mit dem Impostor, okay? Zwei Leute noch. Die laufen dann zu der Leiche und der killt noch einen. Und dann hat er gewonnen. Verstehst du? Danke! Kein Problem, dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay. Hä? Hattest du noch gesehen? Wenden, oder? Oh! Oh, shit! Oh, shit! Hallo? Er sagt, hallo? Peace! What's up, baby? Ich schwöre! Tschüss! Nein! I like it! I got you! Okay, sorry! Sorry, dass der B... Oh mein Gott! Einfach happy tree, Franz! Okay, let's go! E-Day! Er spielt einfach! Digga, er spielt einfach! Was ist das für ein Spiel? Ich will gerade warten, bis du unser Spiel erkennst, Digga. Hä, was ist das? Bruder, ich hab keine Ahnung. Das sieht aus wie Halo in... ...4050. Er sagt Wending Machine! Äh... Oh, Wemby ist hier. Wemby? Oh mein Gott, 300 EQ! Aber der kann doch einfach irgendwas sagen. Nein, weißt du... Oh mein fucking Gott, er hat ihn abgestecht. Oh mein Gott, warte, aber nein. Die Temperatur bleibt immer gleich, Kidmaid. Das heißt, oh mein Gott, wir haben neue Big Blade. Nein, die ist immer 313. Nein, aber in der Runde bleibt sie gleich. Auch bei anderen Spielern. Bei allen anderen auch? Bei allen anderen auch. Bleibt immer gleich. Oh mein Gott, safe. Ja, safe. Aber, oder, auch wenn es sich ändert, Du kannst als, als, ähm, ähm... Als Imposter kannst du ja nicht reingucken in die Task. Verstehst du? Das war richtig Big Brain, Digga. Denk ich mal. Okay, weiter geht's. Oh, leid. Das Sound kam voll im Köln. Das Sound kam echt voll im Köln. Nein, er hat die... Digga, das ist auch richtig geil. Aber sehen die nicht den Button? Nein. Du, ja, das ist dumm. Ja, hä? Das ist dumm, dass sie den Button nicht sehen. Drei Leute sehen den Button nicht. Oh mein Gott, okay. Among Us, but every is a detour. Wie cool! Was ne geile Motto. Oh mein Gott, Freunde. Schreibt mal ganz kurz rein, ob ihr das... Ich wollte grad schon leaken, was das ist. Leute, wisst ihr, was detour ist? Wie gesagt, unten in die Kommentare, Leute. Let's go. Digga, das sieht aber unnummern cool aus. Übel geil. Vor allem, weil das auch so passt zu Among Us. Ja. Äh... Abgesteckt? Okay, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Checkt mir auf jeden Fall auch mal den Fetten der Fetten ab. Der aussieht wie eine Bürste. Bruder. Ja? Sag Wishmob oder irgendwas, was Sinn macht. Okay. Wishmob. Ja. Verstehst du mich? Wish und Mob. Ja, ciao.